Kommt jetzt doch keine vierte Staffel von The Mandalorian? Was ist da gerade bei Star Wars los? Hallo Filmstartsfans, ich bin Sebastian und genau das soll jetzt hier mal Thema sein, weil es gibt jetzt Gerüchte, dass wir statt The Mandalorian Staffel 4 einen The Mandalorian Kinofilm bekommen. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr besser finden würdet, Staffel 4 oder einen Kinofilm. Ich will in diesem Video jetzt mal darüber reden, was es bedeuten könnte, wenn wir hier einen Film für die Kinos bekommen. Zumindest ein Pluspunkt wäre, wir würden endlich mal wieder einen richtig guten Star Wars Film im Kino sehen. Und Kino ist jetzt auch das richtige Stichwort, denn Kinogutscheine könnt ihr jetzt noch bequem vor Weihnachten verschenken. Denn es gibt den Kinogutschein, mit dem ihr bundesweit in über 220 Kinos Filme auf der großen Leinwand genießen könnt. Dabei sind auch wirklich die größten Häuser, CineStar, Cineplex, UCI, Kinopolis und die Matheser Kinos mit dabei. Ihr könnt die Kinogutscheine dann nicht nur für Filme, sondern auch für Snacks und Getränke nutzen. Geht jetzt einfach auf shop.gutscheinfreude.de und erhaltet beim Kauf eines 25 Euro Gutscheins sogar noch einen 5 Euro Filmcoupon geschenkt. Und das ist jetzt doch kurz vor Weihnachten das perfekte Geschenk für euch selbst oder eure Liebsten. Wir gehen jetzt aber erstmal in eine weit, weit entfernte Galaxie und schauen uns an, wie es mit The Mandalorian weitergeht, wie es mit einem De Filoni weitergeht und was uns da theoretisch alles noch erwarten könnte. Dabei wird es natürlich zu Spoilern kommen. Vor kurzem kam das Gerücht eines Insiders auf, okay, man würde sich bei Disney überlegen, statt The Mandalorian Staffel 4, das Ganze doch lieber in einen Film zu packen. Und das tatsächlich auch in einen Kinofilm, der dann noch vor dem eigentlich geplanten Star Wars Szenen mit Daisy Ridley laufen sollte. Und das sind auf jeden Fall ja interessante Entwicklungen, bei denen man aber tatsächlich auch so ein bisschen schauen muss, für wie viel bare Münze kann man das jetzt hier nehmen. Weil natürlich reden wir hier von einem vermeintlichen Insider, wo man sich fragen muss, okay, woher hast du diese Information? Man kann zumindest aber, wenn man mal so in die Vergangenheit schaut, sagen, okay, das ist jetzt tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass dieses Gerücht aufkommt. Schon im Juli 2023 wurde auch darüber berichtet, dass man bei Disney darüber nachdenkt, das Ganze möglicherweise statt Staffel 4 dann doch als Film zu machen. Das hing damals noch sehr damit zusammen, dass wir dann gerade den Autorenstreik hatten und dann auch später den Schauspielerstreik. Und man hier offensichtlich schauen wollte, wie kriegt man das besser unter, dass man diese Geschichte trotzdem noch weiter erzählen kann. Gleichzeitig wird ja auch mehr und mehr darüber geredet, ob ein Pedro Pascal überhaupt noch die Zeit dafür hätte, hier als Mandalorian wieder aufzutreten. Weil er hat ja schon in Staffel 3 nicht wirklich viel mehr für die Serie getan, weil zum Glück seine Figur einfach einen Helm auf hat und wir da einfach einen Stuntman hinstellen können. Und ihm sagen ja, okay, du machst jetzt hier die verrücktesten Sachen und der gute Pedro kommt irgendwann nochmal ins Studio und zeichnet halt einfach das Voice-Over mit auf. Und gerade für The Mandalorian Staffel 4 wird es ja jetzt auch schwierig, weil wir müssen mal schauen. Pedro Pascal ist in The Last of Us Staffel 2. Aber möglicherweise wird er ja vielleicht auch bald Mr. Fantastic bei den Fantastic Four. Das heißt, der gute Mann hat auch gerade gar nicht so viel Zeit, weil er ist einfach gefragter denn je und hat Projekte ohne Ende. Da muss man natürlich auch bei Disney jetzt wirklich so ein bisschen schauen, wie regeln wir das denn noch? Weil klar, der Dreh für eine ganze Serie ist vielleicht dann doch ein bisschen länger, als wenn man sagt, okay, wir machen das irgendwie als Film und können dann besser koordinieren, wie Pedro Pascal da denn doch auch noch mit rein spielt. Das Problem ist halt auch nur, dass wir natürlich auch unterschiedliche Aussagen haben. Wir haben auf der einen Seite jetzt halt diesen Insider, der meint, ja, wir bekommen definitiv einen Film. Auf der anderen Seite müssen wir uns einfach auch nur mal an einen Jon Favreau erinnern, der ja noch damals, als er Staffel 3 von The Mandalorian promotet hat, immer wieder erzählt hat, ja, die Story für Staffel 4 habe ich schon geschrieben. Und zwar während der ganzen Postproduktion von The Mandalorian Staffel 3. Season 4, yeah, I've written it already. We have to know where we're going. Das hat er damit begründet, dass er ja hier gesagt hat, das gehört alles in ein großes Universum. The Mandalorian, Ahsoka und ja jetzt dann später auch Skeleton Crew gehören alle zusammen. Nicht vergessen dürfen wir natürlich auch The Book of Boba Fett, gehört da auch alles mit rein. Da braucht man natürlich eine klare Story, eine klare Richtung, in die das geht. Weswegen ein Jon Favreau, während er Staffel 3 noch macht, schon sagt, okay, wir wissen schon, wie es mit Staffel 4 weitergeht. Das Ding ist, er hat da in einem Interview mit einem französischen Magazin auch gesagt, ja, ja, ich habe schon alle Episoden durch. Ich habe die schon geschrieben. Hier muss man jetzt sich natürlich fragen, okay, was bedeutet das? Weil der Schreibprozess für so ein Drehbuch ist ja nicht so, okay, ich setze mich hin und schreibe und dann bin ich fertig. Nein, da gibt es ja unterschiedliche Stufen. Dann gibt es nochmal eine zweite Fassung, eine dritte Fassung. Dann wird das alles nochmal überarbeitet. Und es wäre jetzt natürlich auch ein leichtes zu sagen, okay, das, was Phil Roe hier aufgeschrieben hat, kürzen wir einfach ein bisschen zusammen und machen daraus einen Film. Was vielen, nicht eingeschlossen, sicherlich nicht sonderlich wehtun würde, weil wenn ich mir gerade auch Staffel 3 angucke, wo wir denn so Episoden hatten, wo wir auf einmal bei Jack Black und Lizzo gelandet sind oder wo wir eine komplette Episode damit verbracht haben, dass unterschiedliche Mandalorianer gegen so komische Flugsaurier angehen müssen, da denke ich mir dann auch, ja, okay, dafür, dass die Episoden dann auch vielleicht maximal 30 bis 40 Minuten lang sind, waren da denn doch immer noch sehr viele Füller-Episoden, die man jetzt in einem weiteren Prozess des Schreibens natürlich alle rauskürzen könnte, um dann zu sagen, okay, wir haben hier einen kompakten Film. Der geht dann vielleicht zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, aber es ist vielleicht am Ende des Tages immer noch besser, als zu sagen, wir bekommen ein The Mandalorian Staffel 4, wo dann sehr, sehr viel auch wieder mit Füllern gearbeitet werden müsste. Zumal wir ja nicht vergessen dürfen, am Ende von Staffel 3 sitzt Mando gemütlich in seiner Hütte, Grogu sitzt davor, spielt mit Fröschen und das ist eigentlich ja schon fast wie ein perfektes Ende für diese beiden Figuren. Aber natürlich kann man das ja noch ewig weiter ausbauen, gerade wenn wir auch schauen, was da bei Ahsoka passiert ist, gerade wenn wir uns überlegen, was möglicherweise alles noch in Skeleton Crew kommen wird. Und nochmal, das sind alles Serien, die hier zum Kanon des Mando-Verse mit dazugehören. Das heißt, die Story von Din Djarin und Din Grogu ist natürlich noch nicht auserzählt. Es ist jetzt hier halt wirklich nur die Frage, wie sie dann weitererzählen will. Weil gleichzeitig dürfen wir ja den guten Mann auch nicht vergessen. Ein Luke Skywalker spielt ja auch noch immer irgendwo eine Rolle. Tauchte in The Mandalorian auf, tauchte in The Book of Boba Fett auf und wird hier natürlich auch nochmal wichtig werden. Gleichzeitig haben wir mit der Figur von einem Dr. Pershing ja auch den Schlüssel dafür, hier eine bessere Brücke zu den Sequels zu schlagen, um hier halt zu erklären, warum ein Supreme Leader Snoke nichts mehr war als ein Klon. Warum ein Palpatine somehow returnen konnte. Und das könnte man jetzt hier halt in diesem Mando-Verse sehr, sehr gut machen. Die zusätzliche Frage, die wir uns dazu aber noch stellen müssen, ist halt, okay, aber es wurden doch eigentlich schon drei Filme angekündigt. Da wäre der besagte Rey Skywalker Film, der dann Star Wars 10 werden würde, der ja im Augenblick so ein bisschen gehandelt wird als New Jedi Order. Dann hätten wir auf der anderen Seite noch den Film von James Mangold über die Ursprünge der Macht Dawn of the Jedi, der ja wirklich ganz, ganz weit in der Vergangenheit spielt. Und dann war ja auch immer die Rede von einem Dave Filoni Film, der das ganze Mando-Verse hier vereint. Und da ist jetzt halt das Problem, ist dieser jetzt schon gedachte Staffel 4 Film, dieser Dave Filoni Film? Ist es ein reiner The Mandalorian Film? Oder sagt man sich halt da auch schon, das wird ganz viele Crossover geben? Weil wir natürlich auch noch einen Thrawn da draußen haben, der ja auch in diese große Handlung mit eingearbeitet werden muss. Und wenn ich jetzt mal ehrlich sein darf, also ich finde die Idee von The Mandalorian Staffel 4 als Film gar nicht so verkehrt. Ich habe es dir jetzt schon gesagt, das könnte man alles viel schneller erzählen, wäre auch gut und ich hätte durchaus Bock, relativ schnell mal wirklich einen guten Star Wars Film im Kino zu schauen. Gleichzeitig würde ich es aber wirklich blöd finden, wenn man sagt, ja dieser Film ist dann quasi die Kulmination von all dem, was in Skeleton Crew passiert und was in Ahsoka passiert ist. Weil ein großer Admiral Thrawn und all diese ganzen Geheimnisse, die am Ende von Ahsoka hier noch offen sind, die will ich jetzt nicht einfach nur in so einem einzelnen Film erklärt bekommen haben. Und ganz viele haben mir ja auch schon auf Insta geschrieben und wo nicht noch alles, dass das hier ja vielleicht doch möglicherweise der Startschuss für die R2D Empire Trilogie sein könnte. Also die alte Timothy Sahn Trilogie, in der ja ein Thrawn wirklich auch zurückkehrt und hier dann die Überreste des Imperiums an sich nimmt, um dann hier den Plan von Palpatine weiter fortzuführen. Das könnte man wirklich sehr, sehr gut machen. Wäre aber wirklich komisch, wenn man jetzt sagen würde, okay und das ist quasi dann Mendo Staffel 4 der Film. Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Und wir müssen dabei nochmal festhalten, es handelt sich hier erstmal vorrangig nur um ein Gerücht. Ein Gerücht, das aber halt allein schon dadurch Hand und Fuß hat, dass es schon zweimal in 2023 erwähnt worden ist. Von daher bin ich wirklich gespannt, wie das hier noch weitergehen wird, was wir da für neue Informationen bekommen werden, gerade was das Star Wars Serienuniversum angeht. Weil nächstes Jahr kommt Skeleton Crew. Weiter ist da nichts irgendwie geplant, außer dass Endor kommt. Aber Endor zählt wiederum nicht in dieses Mendoverse mit rein. Können wir hier also erstmal außer Acht lassen. Und wenn das bedeuten würde, wir bekommen noch 2024 einen Star Wars Film ins Kino rund um Mandalorian und Grogu und hast du nicht gesehen? Ich wäre voll dabei und ihr schreibt mir in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.